so willkommen zurück im raum der bescheuerte im raum der bescheuertlichkeiten nennen man so alles was wir jetzt noch machen wollen ist ein bisschen klampe verbinden die energie ist endlich einmal zu lösen damit ist das ding ebenfalls aktiviert wenn man da ganz wenig und zufrieden sterben hatte was sonst was anderes würde ganz sinn machen nicht gut nicht gut moment da sind nicht schon das richtige bedanken ja und jetzt an kämmer genau das muss man diese strahlen verbinden das sollte jetzt diesmal so sagen jetzt soll das kassel großes rätsel mehr für uns wobei unterschätzt darf ich mir selbst eigentlich nie vor allem dann wenn ein ladevorgang gerade am arbeiten ist macht es jetzt blitze super jetzt haben wir wieder unseren runden raum doch so da hinten ist ja die portal darunter ja jetzt schauen wir uns den ganzen kalt miteinander von unten da noch an leite die strahlen ja wo die strahlen das kommt schon hin achtung wenn es denn die richtige ist ja das hat gepasst das universum ist krank reiter der folge gerad weigert sich das zuzugeben aber jene die genau hinschauen sehen dass wir mussten etwas tun ein offener angriff auf das dunkle reich würde bedeuten den pack zu brechen was du vorschlägst ist wahnsinn was soll das böse verfinstert jeden winkel der schöpfung und der himmel wartet der rat bindet uns die hände wer ihnen in frage stellt zweifelt am schöpfer meinst du wirklich du weißt es besser ja alter freund weiß ich wenn die siegel gebrochen sind wird die hölle ihre außerwählten schicken um den krieg zu erklären ihre anführe werden sich an einem ort versammeln und dort werden wir der bestie den kopf abschlagen die höllenwache steht bereit aber das brechen der siegel wird den endkrieg auslösen das reich der menschheit ist doch nicht stark genug die erde wird vernichtet werden nein es wird keinen krieg geben maß reich wir werden die dunklen zerschlagen bevor er beginnen kann der pakt ist ein heiliges abkommen selbst wenn wir siegen werden wir uns dem zorn des rates aussetzen sie werden ankommen und die siegel intakt vorfinden und es wird unser wort das wort des himmels gegen das des prinzen der lüge stehen verstehst du jetzt die siegel werden neu gegossen alle werden glauben dass die legionen der hölle angegriffen haben und durch uns der gerechtigkeit zugeführt wurden zum ruhm des lichtes wirst du es tun o azrael du alter nahm das heißt das siegel wurde gebrochen wir haben alle bis auf eines gebrochen abaddon befahl dass das letzte siegel nicht beschädigt werden darf er hat es persönlich verteidigt bist du sicher ohne frage wir haben es gewagt die reiter nicht mit einzubeziehen wir hätten uns nie träumen lassen dass wir es müssten bis es zu spät war und doch muss ich jetzt den preis für euren betrug zahlen verrat krieg finde heraus wer daran beteiligt ist lass sie bezahlen fang mit diesem an nein na du verweigerst dich dem willen des rates du hast die beichte des engels gehört mein dienst für den rat ist beendet wir haben dich geschaffen du gehörst uns du bist nicht fertig bis du den zerstörer gefunden und erledigt hast gleichgewicht weißt du noch steh auf azrael lebt bis er nicht mehr von nutzen ist danach wirst du deine pflicht erfüllen mhm 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 Hohoho. Okay. Ja, nice. Das heißt... Guck mal, aber warum sind wir gerufen worden? Also sie haben gesagt, wir haben sie nur als allerletztes einberufen, die Reiter. Und mit die Reiter-Manta anscheinend nur einen, weil... Weil... Ich muss ja sagen, so wie es gescheint bin ja nur ich gerufen worden. Jo. Ich meine, wenn das so ist, dann müssen wir jetzt auf. Aber die Frage ist ja trotzdem, also... Die haben das gemacht, damit sie quasi die Bösen besiegen können. Die Hölle. So. Das hat ja anscheinend so gut funktioniert, dass es dann doch nicht funktioniert hat, weil Abaddon... hat hier mehr oder weniger ordentlich kassiert. Ja. Andere Frage... Andere Frage... Wie zum Geier? Also wo hin jetzt? Da habe ich auch das Gefühl, dass sie da schon war. Ja doch, da war ich schon. Also das bringt aber nichts. Und da bin ich weiter rauf. Ja, bis halt das. Da ist meine Chance, raufzukommen. Denk ich zumindest. Ja, das ist schon so weit weg. Oh, wie soll die da jetzt raufkommen? Mann, da hinten ist was runtergongen. Oh, nichts. Oh, ist was passiert. Ja, das ist schon so weit weg. Yay, retarded. Okay, ähm... Letzter Stahl, dann bin ich frei. Kann ich das Ding irgendwie nach oben schicken? Ein letzter Stahl, dann bin ich frei. Also, ich will, dass das da rauf geht. Oder? Oder ich will... Oh, warte mal. Die Mächter trägt jetzt nicht nur, dass das nach oben geht. Das heißt, die müssen jetzt irgendwo einen Schalter finden. Schauen wir mal, wo da noch ein Schalter versteckt sein könnte. Okay. Was ist denn da noch rum? Mein letzter Stahl, dann bin ich frei. Ähm... Ihr hofft zumindest, dass das, was ihr da jetzt vorhabt, dass das richtig ist. Ich muss noch mal nach oben. Was hat sich da sonst was getan? Ich glaube, was sie braucht, ja. Ich glaube, das ist klar. Ich glaube, das muss ich auch, ja. Ich glaube, das ist klar. Mein letzter Stahl, dann bin ich frei. Ich glaube, das ist ja auch. Ich glaube, das ist ja auch sehr gut. Ja... Ich glaube, da oben ist der Schlüssel zu finden, und das scheint, als wenn da oben noch irgendwo so eine Art Kiste wäre. Na gut, ich werde mir das jetzt nochmal anschauen, auf Screen, damit das nicht so depressiv liegt im Let's Play, und ja, dann bis zum nächsten Tag, Servus!